Der Preis steht zu gut. Mark Harbein. Durchwerfen kann. Danke. Reicht, reicht. Mark vorbei. Hedge geht auf. Hades noch. Harbein. Hexel bei mir close. Ich hör den halt nicht. Checker. Checker. Achtung Blackpink kommt die Stairs wieder hoch. Die sind von... ... wo ist Tower. Leg watch mode. Really? Stopping. Ich weiß nicht wer das von uns war. Die Drohnen runter. Die Drohnen ist tot. Hier vorne ist Blackpink bei mir drin. Fuck Twitch ohne drin. Blackpink ist tot. Noch ein Ping. Jetzt ist meine Drohne kaputt. Geil. Ist down. Tower? Coming. Ja, ich bin geblendet gewesen. Sorry. Ja, die haben mich jetzt. Geht gar nichts mehr. Zurück. Noch einiges. Die Fork. Ja, der büste deinen oficial. Endlich abschuldet. Ja, der hockt da drin, der hockt da drin. Na, wer ist hier? Horwissi. 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 Da wollen wir noch irgendwo starten. Mark, geh mal hoch rüber. Genau da im Powerball. Da ist noch einer, Mark. Direkt nach links. Blackbeard ist abgelenkt. Ja, was haben wir denn hier? Stell stehen, ich habe es gleich. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Nur noch ein Gegner übrig. Basu. Ich bin nicht in dem Trupp employ. Ich bin nicht in dem Trupp, aber es ist auch nah. Ich bin nicht in dem Trupp, ich bin nicht in der Truppe. Oh lol Fuck die sind ja uiuiui Ja Uiuiui Ja fuck Ja Vom wo? Jo 2 vor der Küche 4 Whisky 2 Rechts an der Treppe Ja Rechts an der Treppe Ella Dort ja Hast du Ella? Ja Ja Kommen wir mal zu dir Whisky, dann machen wir oben auf Kommen wir mal den Hedge auf Niklas Hedge Scharfer ist jetzt gesichert Hedge ist zu, mach auf Ja mit, Niklas hat sofort gone Mach auf Ohne den Hedge, ne Das müsste Objective sein, ne Drohne bereit Hier können wir tatsächlich droppen Leschen haben wir, wir hatten eine Mine am Hedge platziert Kriegen wir eine Nade runter? Hab keine Ok Risky? Jetzt musst du da Geh es gleich richtig heiß Oh ich hab ein In-Shop He Das ist doch, das ist doch ein Peer Wir müssen los Geh es jetzt nicht 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 Die Fuse ist am Horb Leute, jetzt schreit nicht so rum, Alter So oder so? Wenn man liegt dann Mitchell liegt genau hier Der ist links in den Trains zu werden, Leute Magazinwechsel Schieß dann mal durch die Wand, Luca Wer ist oben? Ich wollte bis oben im Horbiter Ist dein Laser Sehr gut So Moment, haben wir noch was hier? Ja Ne, das ist der Tote Da ist jemand irgendwas direkt Ja, ja, ich bin tot Ich bin tot Warne Ja Hallo, pass auf Wo? Ja Drums Na ja, wir haben es gesehen Zwei Leute mindestens Hallo, komm Ähm Ja Falsch gehört Brauch ich noch die mit drin Feindliche Drohne nähert sich für Scans Sehr viel eingesetzt Muss jetzt ein Ding drin sein Tief Hab jemand Verletzt dich Ja Wo ist jemand? Ein A Vorsicht, das ist ein Clamon Ja Einer ist in der A Entschluss hier Zwei Leute auf dem Gang Ja, doch, Mann Einer ist erst Hier, Herr Schatz Einer ist da direkt zum Flinken Ja Einer ist da direkt zum Flinken Ja Einer ist da direkt zum Flinken Das war Smog Das war Smog Ich hab Smog Ich hab ne Frost-Temp da drin zerstört Alter, geh mal weg da Geh mal weg da Geh mal weg da Auf an den Fenstern Oh, pass auf Hinten im Hallways was? Ja, da ist die Flinken Ich hab sie aber angeschickt Ja Äh, Cap kann ich direkt dragen Da wurde aufgemacht Das ist die Warnung Der Schafer ist nicht länger in deinem Besuch Noll Schrauben 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 Ich warte nur drauf Der hält grad die ganze Zeit in Enge Eine Nischemine über einen halben Fahrner tot IQs vorm Fenster 2A Au, f*** dich Twitch Ich weiß nicht, ob da jemand noch hängt Eigentlich Der hier outside ist Spin Äh, hier noch outside? Wir sind oben auf dem Plateau Hier ist noch einer Ja, ja Shit Ich hab hier noch ein Leash Hab das Schild oder was? Was ich glaub Nee, du hast kein Schild erwischt Nee, du hast kein Schild erwischt F*** Irgendwie Miras, weißt du? Ja, dann brauchen wir einen hallway So Da, da kommt nämlich was Alter Deshalb meine ich keinen anderen hallway-Ding Ja, ich steh doch vorüber Alles gut Ja Ich hab Wir mussten beide geführt, oder? Ich werde jetzt mag, ja Ja, mach Ich hab, wenn die rauskommt Plus Smoke hab ich auch nicht Nebenwarten Hab einen Incher Jetzt ist Mira die zu drücken, Mann Was ist mit meinem AIM? Wo auch die denn überhaupt? Ja, sie ist hinten B A Sorry Ist hinten links drin Ja, alles cool Einer ist Incher Einer ist Incher Einer ist Incher Ja, der mag er Ja, der mag er Ich weiß natürlich nicht mehr zu-Dingar zu covern, ganz ehrlich Ja, zwischen den hallway-Dingar aber bedden-Dingar Ich bin im Hallway-Dingar Ich bin im Fall-Dingar mit dem bedden-Dingar Ich bin im Fall-Dingar mit dem bedden-Dingar Ich bin im Fall-Dingar mit dem bedden-Dingar Okay. Unten? Nein, bei mir. Oben. Direkt hier am Ding. Aber da ist noch jemand. Okay. Einer müsste ein Vip-Law sein. Ja, wir nehmen den Fiuser oben. Ja, oben ist einer drinnen. Disky-Blender, Disky hol sie dir. Sie ist rechts hinter dieser Wand. Du musst jetzt vor Vip-Law schon sein. Äh, schon fast vor B. Alter, genau und deswegen will ich mich reinsetzen. Ja, deswegen brauchst du auch ein Schild. Und deswegen sollten wir auch mal die Mera-Fenster covern. Aber ne, da brauchst du ja nicht. Ich bin in meiner Echo-Tunnel. Hör doch jetzt auf zum Flamen bitte. Wo sind wir denn hier? Im Bad. Kommt mal zurück. Achso, ihr habt den Fiuser. Wir haben den Fiuser hier auf dem Hexen. Wir haben den Fiuser hier auf dem Hexen. Wir haben den Fiuser hier auf dem Hexen. Einer im Bad. Wir haben den Pakt. Was war da? An mir Hooker. Hooker, ja. Ja, komm. Achtung, da kommt der Fiuser auf dem Whisky und das. Oh ja. All Wain. Kommt Whisky, komm. Letzter verbleibender Gegner. Letzter verbleibender Gegner. Stark. Na, hätte ich auch gehabt. Aber ich, das war doch in der... Wir müssen. Die ist morgen da drin. Ey. Fuck. Einer noch draußen. Der letzte. Ein Gegner verbleibender Gegner. Kommt, ciao. Stark. Kann den jemand holen? Whisky, kannst du den holen? Ne, du musst probieren. Auf, nix gar nicht. Ey, er biegt, er biegt, er biegt. Er rennt jetzt raus. Whisky, komm zu mir. Hab ihn. Hat der Mute, ne? Ja. Dann geh ich jetzt hier rein, ja. Elkoi war unten und Lutban ist der erst bei mir. Die ist bei dir. Ja, du bist. Hab sie. Bella. Ah, am Hallway. Hallway. Ekoi ist im Hallway. Eks. Einer im Bart. Twitch ist jetzt vor der unreinforceden Wand, dann du bist. Marken. Oh, vom Dach noch. Whisky? Ne, wahrscheinlich. Okay, du musst vielleicht Anubis holen. Anubis kannst du holen. Also einer noch auf dem Dach. Ja, aber hier drin ist einer. Ist das Problem. Nein. Jetzt ist einer bei mir, bei wo ich gestorben bin. Das mein ich ja, du sollst Anubis holen, so. Der ist bei mir. Der ist im Hallway. Du kannst ihn schnell holen. Ich helfe dir. Okay. Einer im Hallway. Kann mich noch ein Pink? Ne, sorry. Nur gehört. Pass auf hinter dir, Whisky. Da unten. Der hat Gegner verbleibt. Letzter bei B, ne? Ja, letzter bei Viplausch. Einfach halten, halten, halten. Wir haben mir das. Wo ist denn der? Viplausch. Volle Viplausch, genau. Lassen wir reinkommen. Besser bleiben. Whisky! Feuer! 10 Sekunden übrig. Hat er einen Diffuser? Da ist er, da ist er. Ne, er hat er nicht, oder? Das ist Ki. Du kannst mit dem Wehrerwinter. Ja, perfekt. Sehr gut. Man, der wollte mir den Kill nicht geben. Man, der wollte mir den Kill nicht geben. Hier haben wir noch keinen Cash. Alter, was ist mit meinem Aim los? Habe ich. Er ist tot! Tita, ich brauche keinen Ein-Aim. Oh, lol. Ha! Ich habe jetzt... Ich helfe dir. Du hast ihn getötet, glaube ich. Ja, ich habe ihn getötet, habe ich doch gesagt. Ich würde nochmal drohen und jetzt würde ich gleich Attacke da machen, ne? Trophy. Ja, pass auf. Beim Reinspringen ist gleich ein Goomain. Der Naze vielleicht. Die Goomain. Ja. Geh mal weg, Tim. Geh weg. Die Goomain. Steек. Geh im goomain. Toll, jetzt hab ich noch mal verzogen. tapsUpbit ist noch da. Egal. Ja. Da waren gerade Füße. Ja, ich bin drin. Oh, passt auf! Bei einem KJ. Ja. Nice. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert, ihr wisst was zu tun ist. Jetzt schreit auch wieder hoch. Die wollen die Stairs von Main Entrance rein. Komm mal VB bitte. Ja, da wo du abhebst, werden sie auch reinkommen. Von dir aus rechts Whisky da, ja da. Wollen sie mich wegneiden? Ah fuck, als jetzt Whisky da reingelaufen. Scheiße. Kitchen, Kitchen Ash, Kitchen Ash. Ich sehe sie nicht. Ich habe aber einen Kill gemacht. Da kommt keiner mehr, du musst vorgehen. Abendschock. Nice Gegner, stark. In einem kleinen Close-Hit beim Headström. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Oh, die pushen unten rein. Alter, wie oft soll ich die Jingen denn noch hin? Wenn du in dieser Hürde bleibst, wirst du von Feinden entdecken, dass die Schatten gefährdet. Blitz ist unten drin schon. Blitz ist unten drin schon. Blitz ist unten drin schon. Ja, okay. Boah, es sind alle tot unten? Okay, das habe ich nicht mehr bekommen. Da steht halt ein Blitz, ne? Mhm. Was war denn, da habe ich da umgeschossen. Was war denn, da habe ich da? Wofür? 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 Ich hab selber Hardtreecher, äh Softtreecher mein ich. Geil. Ich verwende eine Sp... Ich verwende eine Sp... Der letzte Bandit. Bandit ist ein Sigger. Also der war umgekehrt. Stark. Sie schneiden es nicht, die Jus. Ich bin drin, ne? Ihr könnt planten vielleicht nicht. Sehr gut. Der liegt hier dauernd. Ich hab keinem Plan, was los ist. Jawoll, kriegt ihn! Eins gestritten. Was gibt's auf? So ist er unten? Hol euch in die Fuse und dann rein. Sehr gut. Kannst du smoken. Hm, warte dann. Fäll dich in die Ecke und schäm dich. Bis geht der Klinge hiesig! Nein! Bis geht der... Oh, oder? Wir haben 3 Volt. 3 White Stairs. Ne, Red Stairs. Red Stairs. Red Stairs. Bis geht, glaub der kommt runter zu uns, pass auf. Komm runter. Ja, da ist noch Monty. Lenk den ab, lenk den ab, lenk den ab. Lauf mal weg, lauf mal weg. Nein. Hast du den grad getötet? Ja. Warte, fuck. Wie kannst du Monty frontal töten? Fuck das Monty. Ja, er wollte sich nicht ab töten, deswegen. Okay, die haben sich beide noch... Boah, Twitch-Tron, da gehen wir nicht auf den Sack. Sind beide noch oben am Hedge. So, beide Twitch-Tron weg. Meinst du, ich soll's mal probieren? Ne, das ist Selbstmord. Nein, das sind beide oben am Hedge. Okay, jetzt geht irgendwas los. Wir wollen jetzt doch... Uuuuh. Das ist ja nicht Glas, oder? Pass auf. Fein. Kommt aber nicht rein. Nö. Ich hab Angst. flucht. Ja. alles gedropped, einer. 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 Gegellene. 15 Sekunden noch. Oh, nur eine. ...schlubb, der... Jetzt fällt sie bloß. 10 Sekunden. Gedroppt. Einer ist hinter! Der ist mir in die Füße fallen lassen. Warte, ich scann ihn. Der Entscharfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entscharfer ist jetzt gesichert. Ich kann ihn nicht scannen. Vielleicht, weil er tot ist. Jetzt hat sich noch nicht aktualisiert, mein Interface. Oh ja, die ist bei mir! Der Entscharfer fallen. Toll. Da ist noch einer! Whisky, sag doch was! Ich hab den doch nicht gesehen. Da sind zwei Leute oben drinnen. Oben ist Buck. Und rechts war... Und Twitch war nochmal. Hey! Oh, Glück, dass ich ihn so low geschossen hab. Das war ein Headshot! Ja, und ich hab da noch toll low geschossen. Das war einfach ein Headshot! Fuck my life, Alter! War da noch einer? Ne, sonst war alles clear. Hey, unten ist eine... Du KB. Die kommt jetzt zu... Redsters kommt sie hoch. Redsters. Nicht unten. Die ist unten. Die sieht dich nicht. Die läuft jetzt hoch. Die sitzt oben bei der Tür. Überm Hedge. Sie kommt drunter. Sie kommt drunter. Sie hat nen Englerflicht, glaub ich. Die, sie pinkt jetzt. Sie macht Telefon. Sie kommt drunter. Sie kommt drunter. Jetzt ist sie unten. Links. Jetzt läuft sie anscheinend zu dir. Sie läuft jetzt die Treppe wieder hoch. Ein Gegner verbleibt. Er guckt genau, Alter. Anschieß, schieß. Ich hab's geschafft. 8-0-0. Ich hab's geschafft. 8-0-0. Seht ihr? Sobald ich da bin, gewinnt ihr. Wie denn da? Das ist doch total toll. Das nennt sich Qualität von mir. Ja, ich spiel jetzt noch. Ja, ich hab halt Qualität. Es ist fertig, Marc. Wir haben 4-0 gewonnen. Ich führe das Team. Ich hab jede Runde genau 2-0 gemacht. Leute, ich führe das Team für euch. Wartet auf, wartet auf mir. Rainbow startet. Seht euch. Seht mein gutes Stück. Wir warten auf dir. Oben an den Stairs war jemand. Ja. Ja. Hoppt jemand an den Stairs. 8-0-0. Kommt der runter? Nein. Hoppt er immer noch an den Stairs. Kriegst ein Lifepack. Okay, meine Drohne ist kaputt. Nein! Was ist das? Was ist das? Entschärfer wurde erläutert. Entschärfer muss drückgeholt werden. War aber hier müsste sein. Sieht aus. Vielleicht eine Flash ist. Der verbleibende Gegner. Der letzte sehe ich. Ah! Letzter Sammitation Call. Rechts, Klaus rechts. Sehr gut. Ja. Eigener Tor-Party. Noch ein Gegner übrig. Ich hab den Dicken. Weiß du. Weiter. Steck mich, deck mich. Ich hab den Dicken. Entschärfer ist online und aktiviert. Und dann bleib einfach. Ja gut, das haben wir alle. Ah. BIP. Steck. Eigener Tor-Part-Gegner eliminiert. Wo machen die auf? Alle. Hedge. Ist da oben jemand nicht? Fuck. Einer. Einer in Basen, Ash. Ja. Hedge. Aber es ist gedowned also. Okay. Wir brauchen ja Zeit. Wir sind gedowned. Wenn du da hingehst, dann mach den H-Camp. Ich bin wahr. Drop. Bei mir, Hedge. Ein Gegner. Ash ist nach oben. Da oben noch, am Hedge. Ich glaub, ich kann das sehen. Ich glaub, das ist ein Serbs. Was? 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 Was hab ich getan? Das sieht komisch aus. Was? Das war's mir grad irgendwie wert. Zu Ende spielen die ProPlay, also die richtigen Schwitzer. Und die machen das ganz schnell. Ja. Ja. So Leute. Also, ich befinde mich hier grade beim Schneiden dieses Videos. Und, ja. Weil diese Szene grad so schön war, bring ich mir einfach. Ich spiel die jetzt einfach nochmal ab. Einfach weil sie so miert ist. Nur halt diesmal spiegelverkehrt, ja. Also, mir ist grade langweilig, ne. Mach mal das einfach mal. Oder? Also, ich wär dafür. Es ist 4v1, also hab Spaß. Nein, das wir machen jetzt aber jetzt mal. Für uns momentan. Ich bin doch alles gut. Alter, was? Was hab ich getan? Das sieht komisch aus. Das war's mir grad irgendwie wert. Ja. Zu Ende spielen die ProPlay, also die richtigen Schwitzer. Und die machen das ganz schnell. Ja. 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 Der 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 anderen. Ja. Ich hab auf dein Leicht geschossen, Alter. Ich hab auf dein Leicht geschossen, Alter. Das war nur Lucky as fuck. Das war nicht Lucky, das war Skill. Können's ganz risky Scheiße machen. Hallo. Laufs jetzt nicht unten raus. Scheiße. Wo ist er? Er hat abgelampt. Direkt unten. Runter. Das ist bug, der ist nicht mehr in dem anderen Sucker. Vielleicht springst du auch mal raus. Au. Oder? Mach mich. Eieieieieieiei. Ja komm. Ja. Ja ich seh nix. Was? Was? Wer ist hier? Fuck is on me. On ping, on ping. Close, close. What the fuck alter? Alter ich guck das ist so n... Das ist... Das so was passiert im Ranked einfach. Du springst runter. Da tut er erstmal... Der Thurman halt noch ganz entspannt drohen. Oh. Need reset. Need reset. Need reset. Ja, bleib stehen. Nein, 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 nein. Esch, 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 esch. Achso. Jetzt hätte ich den falschen umgepixt. Ich seh die bloß in der Straße. Ich hätte fast auch mal auf schießen gedrückt. Das ist... No Grund. Es ist hittet. Ichenf Qi. Das ist das diese Bauen gegen die Chloe.